ich schaffte ich weiß nicht was ich weiß nicht was mein Problem ist Mann du wirst das eh vor mir schaffen ja wenn ich aber jetzt den zweiten schafft wie soll ich das vertreten Boah schwul leck mich zwar du zu Nihlingus scheiß wie ahn René ist schwul hey wieso nur ich ey jetzt hat er und so auch dieser Kacke ich schau dir mal zu ich muss Florian echt ha bloß cool voll verkackt Server nein ey das schaue ich das mann doch voll verkackt so Hals Maul komm du da oben erstmal klar komm du erst mal nach hier oben wieder nein boah ich sollte nicht so eine große Fresse haben weil ich gleich eh wieder runterfalle die ich war jetzt sogar extra auf dich nein du machst das jetzt schon weiter weil gleich wenn ich oben bin dann fällt es so runter und da bin ich fertig und dann bist du wieder total unmotiviert das kann sich weitermachen auch gerade kleine Pause meine Finger zu voll weg hatte die er keine Aufnahme vor sie nicht geholfen war siehst du quasi die Waffe im Arsch Mann als Ripser Widerling aber so übel Skype schreit sagt mir Lautsprecher sind ausgeschaltet ja anscheinend könnte ich auch gar nicht hören nee wir hören dich nicht hey ne wo bist du ich weiß nicht wusstest du dass die Lautsprecher Prozent das ist was du hörst und nicht das ist da kann ich auch kaum hören ich wollte Hurensohn die anschaffen das war ein witzig kann ich oh nein ihr seid schon wieso wieso verkack ich diesen Sprung ich weiß nicht was ich falsch mache boah soll ich wieder runter kommen boah leck mich René versuch erstmal das zu schaffen da kannst du große Schnauze haben oder die Challenge davor wo bist du oh ja er kommt René kann eh nicht lesen also ich hasse René es ist es ist zwar scheiße man diese Schaube ist so glücklich der Service voll der Analphabet erstmal ist so jetzt haben wir es wieder nicht HDF die Fresse ja komm doch her schwuchtel ist so 1 gegen 1 nach der Schule Kirchplatz ist so mann auch René die kackt gleich so derbe ne weißt du wer der bekackt der Hulk der ist bestimmt so radioaktive Scheiße oder King Kong oh Scheiße stell' vor der kackt echt mal und dann bewirft er die Leute die kleinen Leute mit ihr seinen riesigen Scheiß auf Slender Survival Slender Survival Slender Survival die Schau mit Lucas und Gwen ich dachte der Welt Schau war falsch geschrieben glaube ich ich dachte der Welt scheißen ja schon war wirklich falsch geschrieben Heizmaul ich scheiß sich gleich an hast du schlecht geschissen ja ich bin der Hals der Scheiß drüber scheiß mann nein ich schasse diesen ersten Spruch zweiten Spruch ich sage Wichter noch über das Safe zu verkacken Safe Zone um wenn sie in der Zeit nicht im Zobie an die Schaumel Lukas und wenn selber machen wir eigentlich mal wieder wo aus sie ich hab keine Ahnung ja ja wo bist du oh ja wieso habe ich sie gerade die ganze Zeit verkackt frage ich mich jetzt mal du kommst jetzt nach oben ne ho nein nein nicht die von der Banken wo bist du komm bitte nach hier oben da bin ich okay das ist ja jetzt easy going egal ich bin ich ganz ich bin nicht ganz unten wie ich einmal gesagt habe ja das ist jetzt easy going ich bin nicht ganz unten ist ja jetzt easy going Flo jetzt kommst du jetzt kommst du ich gehe mal weg ja jetzt ist ja easy going ha ja ich gehe mal weg der Hauptschwung ja ja endlich und jetzt überholt so nicht sehr jetzt wie sie gehen ich bin nein scheiße jetzt bin ich echt ich wäre ne wir sind die eisigsten die an diesen Sprung verkackt ja ich bin Flo now is the time now is the best time now is the best time of my life now is the best time of my life zielfältig der Führerleiter die Stoff du kannst es mal ja schaffen Redner kann ich aufgeben ich schaffe nie was so aber auf den Weg zu schweigen sie sind geschafft die Jahre nähen denn seit ca. 10 Minuten schon hier und ich besetzt keine Ahnung zwei Grad 15 Sekunden darauf die Partie macht sich jetzt unsichtbar das ist ein Händler die Uhr an die Schaumel Lukas das ist so ein eigentlich verkackt im Bestand wo bist du das ist jetzt den ab die Welt der Runde wenigstens bis zu schweißen wie ich es festgelegt hast du recht als ich verrund war Mann und der Sprung Mann diese Schalke den ersten nicht gibt es einen Trick oder eigentlich nicht Prozent das Fasten Einzelstrung das kann ich nicht tun nicht muss man ja nur Sprinten nein wir haben die Challenge gefunden die Flughafte ist so nein aber echt gar nicht er hätte ich mich ich weiß ja nicht tun soll Leitersprünge sind echt ein Problem ja das ist ja die Stelle ist gerade auch geschafft weil Leitersprünge so ein Problem sind ja es war ja nicht nur Leitersprünge warum musste zwei oder drei Mal von einem Block ausgehen da war ich einmal so ein leichter Sprung der zweite die nein die Fresse aber auch nein du hast schön weiter das ist das kann nicht zu warten nein ich kann noch an den Weiterschaft das nicht ich könnte sogar noch mal runterfallen und wieder hier hoch schaffen bevor Florian wieder hier oben ist das ist das Witziger wenn ich es nicht schaffe und du es vor mir schaffst das wird so passieren glaubt mir Mann sie wollen es hier wie Florian immer den ersten Mann denn zum zweiten der Sohn wieder zurückläuft und ich war verkackt immer die ganze Zeit bei dem Sprung mit dem habe ich wenigstens schon geschafft ja ja der hatte auch so geschaffen weil die die Lucia hat nein Prozent ich war schon beim vorletzten Sprung ich war traurig so wieder auf den Markt kommt der Tag weil ich hab jetzt richtig in die Tassen und aber richtig ich kommt der Tag hier oben so ja jetzt machte da er darf man ist alles scheiße A das war das gut ist das macht so eine gute Krippe oder gern dort ist so besser dass keiner geschafft werden wenn man gesagt hat der macht das kommt der macht das Ohl Jungen der macht das jetzt das hatte schon mal geklappt Fluch der Karibik bei dem bei der Flucht der Karibik hat bei Flora und bei mir sogar schon geklappt der macht das jetzt der Mann und der Leer war mal die Schaumel Blutke das ist aber bei dir geklappt hat sie das war sogar ein Prozent in der vorletzten Challenge er macht das jetzt er macht das jetzt Nina darf noch davor wie bei der wo ich erst gar nicht schüttet genau als ein Schiff erster Sprung und je nach fünf Minuten zu aufgeben hat ja weil ich wusste dass ich das nicht mehr als Pakt verliebt 2 Mordel ich habe das vorliegen ich habe es mal dann kann ich aufgeben der dabei ich habe mir hat man 13 seit 20 Uhr oder so oft würden sie mir gleich auf naja kann sein das ist ein was nun geht zu nachdenken weil sie so er hat er hätte er so gut aber es ist da doch mal das ist ein Wettbewerb ja bei flora mich überholt nein wenn du es jetzt wollen das wird ja 100 pro schaffen quatsch angeblich du machst das jetzt ja ich war es nicht quatsch mit siehst du passier macht die zeit wieder null so ich mach das nicht mehr da auch zu ihr sie zu mir der schon wieder hier zu ihnen ich habe keine Ahnung wie man das springen soll die Karte zu rechnen aber wo ich bin Prozent es ist eine neue die Schaumel Lukas und 3 4 3 die so vielleicht hat es so die Schnauzeiten und ich konzentriert die Kasse ja vielleicht weil du redest du konzentriert lebt mich dann müsstest du eigentlich immer reden ha witzig ha 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 erhält die Städte der Gäste und erlaubt das Ländleer die Eureiwäsche um und so 3 3 Dixit zieler in der Ruhr und Zahen der Florene überrutscht und jetzt macht es die Leipzig ist wenn ich nicht ganz reingefallen es macht ein bisschen Mut Nein, nein, nein! Scheiße! Einer aus meiner Klasse sagt immer, Big City Life, mein Schwanz ist steif. Ja, der ist auch gay. Wie krank ist der denn? Ja, dann ist doch klar, dass er das macht. Big City Life, mein Schwanz ist steif. Jetzt habe ich es! Doch, Florian. Nein! Du beim zweiten Sprung immer total ausflipst, ey. Oh, ja! Sauber. Jetzt pack ich's, boah, jetzt pack ich's. Boah. Boah. Boah, das ist meine Runde. Siehst du, Florian überholt mich jetzt. Leck mich, Yoshi! Ich sag nie, wie der Florian überholt mich jetzt, weil dann fliegt er immer runter. Boah, ich hab's geschafft! Boah, nein, ja! Oh, Goro Sprung, aber trotzdem nicht. Jedes Mal, wenn ich sage, Florian überholt mich jetzt. Ja! Jetzt geht's hier, du, sieh ab. Oh, sag das jetzt mal, nee. Florian überholt mich jetzt. Nein! Ich sag, dass die wieder flog, okay. Ich sag, dass die wieder flog. Ich sag, dass die wieder flog, okay. Ich sag, dass die wieder ist, tut mir leid. Und, well, sag das jetzt mal. Florian überholt mich jetzt. Ich springe jetzt extra nicht. Florian überholt mich jetzt. Halt die Fresse, also sagst lieber. Ich sag, dass die wiederum ich schaue. Ich sag, dass die wiederum ich schaue. Und wo hin? Und wo hin? Florian überholt mich jetzt. Das klappt nicht, wenn du das sagst. Florian überholt mich jetzt oder pro. Ich bin nicht ganz runtergefallen, ich bin nicht ganz runtergefallen. Aber runtergefallen. Ja, ich bin nicht ganz. Wie ist denn einfach im Sprung hier nicht schaffe? freundlich Florian überholt mich halt die Fresse du mal gesagt Scheiße Florian hat mich jetzt überholt jetzt sei gerade vor dir jetzt aber wieder